UNTERTITELUNG Im Nationalen Championnat auf der Klotterwand stehen sich in sehr vielen Athleten aus verschiedenen Alterskategorien, um zu spielen zu Genever. Für so einen Ebenenwender zu stellen, ist der Stadion der Föderation an der Kug natürlich ein A und O. Wir machen den Lauf von Drittheim an der Kug mit dem neuen Team von der Flera. Gut am Anfang müssen wir uns ein bisschen kennenlernen, aber mittlerweile läuft das quasi perfekt auf. Jeder weiß, was den anderen braucht und da gehen wir immer ganz schnell ins Mitnehmen. Stimmung im Sonntag war gut, sowohl Sportler wie auch Spektatoren waren zufrieden. Ich finde es super, also es ist wie schon letztes Jahr richtig toll, die Routen gefallen mir gut, die Leute sind gut drauf und es ist einfach schön wieder hier zu sein. Man wird aus der Neuschentlöscht Faszination umklommen. Man wird aus der Neuschentlöscht Faszination umklommen. Man wird aus der Neuschentlöscht Faszination umklommen, das ist nicht einfach, dass der Neuschentlöscht an dem, der den Cup-Idle bekommt, muss man sich auch darauf konzentrieren, wenn man gerade möchte. Das ist ein ideale Sport hier aufzuschalten. Man wird aus der Neuschentlöscht, der einen Belohnung bekommt, als wenn man sich in den Bois gepackt hat, was man nicht ganz genug hat. Das ist ein Sport, das man immer mehr erlebt hat. Im Ausland schon zu einem drigen Zeit, man durch die guten Infrastrukturen bekommt Klammern, aber auch heute zu Lützenbusch, eine immer mehr grosse Popularität. Es sind immer mehr Leute, die machen. Es sind immer mehr Leute, die in den Kompetitionen machen. Sonst wäre es nicht, dass die Leute immer so viel Spaß gegangen sind oder die überhaupt nicht gekannt haben. Es lohnt immer mehr Leute, die in den Kompetitionen machen. Zumal zu zeigen, habe ich gesehen, dass extrem viele Leute waren, wenn ich dann vergleiche mit Deutschland oder sowas schon viel mehr populär als ein Lützelbusch, weil ein Lützelbusch schon mal in zehn Hallen, wo man halt gucken kann, die kreisen das dann. Wichtig sind bei so einer Kletterwand für und allem die Einzel so genannten Routen, die die Sportler je nur Schwierigkeitsgrad ausfielen können. Ich fand es am Anfang sehr cool, weil es am Anfang viel Variation ist. Es ist niedrig für die Aufhänger und relativ viel Überhang für die, bis sie fortgeschritten sind. Die Kletterwand, ich meine, das steht auch schon in den letzten Jahren als eine ideale Kompetitionswand. Sie ist von der Gries hier als Tipptoppmühle und hat sämtliche Kategorien, natürlich von den ganz Jungen bis hin zu den Masters, Klammen gelöst. Klammen ist ein ganz flotter Sport, bei dem die Kieper auch nicht viel erzählen kann. Und das ist schon seit ganz jungen Jahren. Aber nun, Kock bittet die optimale Infrastruktur an ein professionelles Enkadrement. Weiter Informationen zu den Kletterkuren fangen wir an kock.lu. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.